wir sind hier wieder in der nächsten folge immer noch unser beißers suarez am start ja die suarez-witze werden nie alt ja oder allgemein zum rumlaufen wir laufen jetzt hier hoch die treppe könnte auch sein dass das ihr ausweg ist dass sie da waren aber das ungelutet haben weil sie wollen dass wir denken dass wir da nicht sind baum keine ahnung ich weiß nicht was in deren kopf vorgeht wir sind gleich im wasser übrigens also wenn wir oben sind dürften wir in wasser sein ne beach strand wir bauen uns hier also strand ist ich glaube ein teil des wassers ist noch strand biom aber ich die beach egal hauptsache wir kommen raus ist halt wirklich so es ist nicht mehr halt oben lang jetzt immer ja jetzt nicken wir noch weiter ja es ist so es könnte wenn wir die uns jetzt finden töten unser ende sein ja aber passiert ja beach da wasser das hasse ich äh ich kann ja auch noch zu sneaken wollte ich irgendwo auf die seite und 3 2 immer kurz weg hoch nein runter 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 wir müssen hier 3 2 ja wir sind wasser ich bin ganz kurz in den options wir gehen ganz kurz mal gucken er gab es nur einer online wir würden ihn jetzt klatschen ja das ist nicht verboten ist zwar ein assi move aber jonas kennt mich ich bin nicht für fair play in minecraft da minecraft nur ein video spiel ist und ich feier wenn sich leute über ein video spiel so aufregen ein schwarzes scharf bringt aber wir können aktuell nicht mehr essen machen dadurch also gebratenes essen ja kommt doch wieder ich krafte mal kurz dings meine diahose oh weißt du woran ich mich gerade erinnere woran stemmer verzauber auf war war ich habe einfach baroque lieb so komm ich einfach schon wieder baros ja aber warum einfach das beste das wird immer schlechter finde ich so wir können weiter wer wird döner sein wer bekommt warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz stimme ich muss doch ein bisschen hier was chillig oh der regen hat auf essen ganz viel fleisch oh oh das war fast down bah oh zwei fleisch ist es noch mehr Wer wird Sieger sein? Oh. Wer besteigt den Döner, und wer... Und wer bricht vorher ein? Ne, wer geht vorher auf? Und wer hört vorher auf, hat auf den Döner zu essen? Ähm, kommen hier längs, kommen sie mit, der Herr. Also wir laufen jetzt eigentlich nur noch rum und hoffen, damit wir die sehen. Oder halt irgendwas, was verdächtig aussieht, wo sie runtergegangen sein könnten. Neu. Ich freue mich mal kurz. Ja. Alter. Die werden irgendwo... Also die werden... Er wird grad nicht irgendwo oben stehen, schätze ich. Glaube ich auch nicht. Weil sonst... Ah, okay, jetzt können... Die könnten doch oben sein. Ich schätze, die haben sich kurz irgendwo runter gebaut, ganz leicht. Ist so. Mhm. Kurz gewartet, bis er wieder joint. Und wieder hoch. Hier waren wir ja am Anfang. Ja. Ich glaub, ich glaub's wieder oben. Wir gucken erst alle Ecken an. Und so eine Bittles haben wir öfters zu mit Dreierteams gemacht. Nur aktuell extrem wenig Spielen mehr Minecraft. Okay. So was mit Dreierteams ist noch witziger, weil du dann mehrere Teams sehen kannst. Die Eingänge müssen ja offen sein. Ich war der Erste, der das so gemacht hat mit den... Oh, hier liegt ein Ei. Sehr verdächtig. Der das so gemacht hat mit dem Umgehen. Also, dass man so extrem verdeckt laufen muss. Ne, hier ist nix drin. Hier. Samen. Du hast Weizen eingesammelt. Sie müssen ja irgendwie sein. Ja. Wir laufen jetzt einfach so halb Rand lang. Oder... Wollen wir es riskieren? Was machst du? Nein. Keine Sache. Ne, stimmt. Wir durften nicht rauskommen. Deswegen. Wir kommen ja nicht richtig raus. Frag mal wo sie sind. Wo seid ihr denn in eurer alten Basis? Leider nicht. Sag mal so psychisch Spiele. Aber... Eure Namen sind... Schön... Groß! Weil die Namen werden ja größer, wenn du Gegner siehst. Umso näher du ran bist, umso größer wird ja der Name. Oh, schön Angst zu machen. Erstmal geschrieben, dass sie in ihrer alten Becher nicht sind. Voll schade. Vielleicht gehen sie da jetzt gucken. Denk ich jetzt auch. Kann man ja mal rufen. Bleiben wir auch. Wir laufen weiter rum. Wir machen es ein bisschen spannender. Wollen wir da wirklich hingehen? Da gehen wir nicht hin. Doch. Warte. Eins, sechs, vier. Vier, sechs. Ähm. Wir waren wie. Hier. Sieg mal. Hier haben wir Äpfel gefarmt. Gut, ganz kurz gucken. Oh ne, Creeper, geh weg. Wir müssen hier längs. Wir müssen hier längs. Komm. Hattest du hier so ne Steinplattform gebaut? Ja. Ne. 1, 4, 6, 1, 7, 5. Die Richtung. Mag dich nicht. Knallhart. Ja. 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 Wie viel die sind. Ja. 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 Ich bin hier nicht. So komm. Ginglücke Smalltalk. Oh. Na. Dafür mögen wir Jonas. Hm. 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 Ich bin mal gespannt. Denkst du, die sind da? Ich trau Jonas das zu, dass er so krank ist und seine Koordinaten schreibt, um einen Pfeil zu provozieren. Sie sehen uns. Aber er denkt nicht, damit wir da hinkommen, glaub ich. Sie sehen uns. Er hat Hex geschrieben. Ah ne. Das war Bolterra. Da unten, da unten. Sie sind da wirklich. Runter vom Baum, runter vom Baum. Wie sind sie? Da hinten. Geradeaus. Direkt geradeaus am Wasser. Warte, 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 warte. Hex? Fick. Fick. Er will nen Kampf. Fick nicht mehr ganz dicht, alter. Ab jetzt leise nur noch wichtige Sachen sagen. Ich esse kurz was. Und? Was sind da? Was sind da? Psch. Oh. Oh. Psch. Was sind da? Eine hat dir. Beide an dir. Scheiße. Überraschungsangriff. Okay. Ist mir. Wir sind zu weit weg für Überraschungsangriff. Ja, ich... Ich... Mein Blows, wir können hier ein bisschen stoppen. Er wird einfach echt so krank, ne? Ich sagte doch, Jonas ist krank. Alter. Sind sie die Höhle gekannt? Ich glaube ja. Ich... 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 Ich hätte sie an mir in Eingang genommen. Und dass sie vor ihren Eingang sneaken sollen. Warte. Die bauen nen Turm. Boah, weißt du das? Ich sehe es. Warte. Aber... Bitte ohne... Türme. Okay. Sind... Schlecht. E... Crypt. Und... Farmen. Aber... Keine... Luft. Basis. Ich sehe sie da oben. Bitte. Was tut sie denn? Oh. Sneak. Ach man. Halten. Tum am spawnen. Komm unterm Baum. Böse. Und bei dir. Unter Baum. Die könnten uns rein theoretisch sehen. Runter da. Runter da. Runter da. Runter da. Warte. Nimm den weißen Baum. Bitte. Vor mir. Ja. Geradeaus schnell. Ich beobachte die nämlich in F3. F3? Die bauen die Fläche, kleine. Ja, ich glaube die bauen sich wieder runter. Was ist denn? Komm springt runter. Wartet ihr ein... Willi. So. Eine. Taktik. Im. Im. Vorsprung. X. D. Sie sollen ja nicht wissen, dass wir bei denen sind. So. Du bleibst noch. Ich esse was. Fuck. Hörst du mich? Ja. Warte. 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 Hallo. Hallo. Ja. Ich hör dich nicht falsch. Nee, weil ich hab dich nicht gehört. Ich hatte kurz keinen Sounds. Die Folge dachten wir jetzt durchlaufen. Wir machen keine Pause mehr. Ja, machen wir auch nicht. Ich kann einfach von überall kommen, ne? Bleib du unten. Bei der Höhle. Probier jetzt. Nein, bleib bei der Höhle. Was? Geh weiter runter. Soll ich in der Höhle bleiben? Ja. Ich hör dich. Wie du hörst die? Oh, sie haben auch was abgebaut. Ich seh sie nicht mehr. Wir gehen wieder ein bisschen weiter weg. War das nicht die Höhle? Nee, warte nicht. Ich geh in Schafe. Ehrlich? Kannst du es sagen? Arme Schafe. Ist aufm Baum. Nee, nicht aufm Baum. Nicht aufm Baum. NICHT aufm Baum. Hast du es? Was? Du bist arme Schafe. Ja, das sagt ich. Einmal durch. Weitwechsel. Guck in alle Richtungen. Ist nix. Rüber, 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 rüber. Jetzt müssen wir überall aufpassen. Rüstung. Hier. Wir müssen jetzt überall aufpassen. Ich glaube sie haben. Eins sind besser. Sie haben besser Rüstung als du. Aber ich glaube sie haben schlechtere als ich. Das heißt du musst wegbleiben. Oder halt mit draufschlagen. Ist logisch. Hoffe ich. Warte, ich ess kurz. Ich auch. Hier sind sie auf der Brücke. Hast du es gesehen? Hier sind sie auf der Brücke. Was für eine Brücke? Guck gerade aus. Komm mal. Siehst du da um die lange Brücke durch? Ich habe meine Dings nicht hochgehoben. Da oben ist er. Stell dich auf die Seite. Ich seh sie. Der eine hat Dia-Helm. Ja okay gut. Äh komm durch den Wald. Hier runter. Dia-Brust. Ja. Ich sag mal. Hast du dein Bett bei? Ja. Schlaf. 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 Spannend. Steigen. Schlaf. Hast du gehört? Wir haben keine Wette mehr. Moaan. das würde machen ja haben sie gar nicht haben sie auch nicht gar nicht doch immer bitte das fleisch wieder gehört haben sie gar nicht ja haben sie auch nicht wir haben eine neue base heißt das für mich oder jones mag uns auch nicht mehr komm bleib bei mir ja ich will auch unterbäumen bleiben dass wir so offen mit den schreiben dürfte sie verunsichern das dürfte so dass sie sie denken bleibt bleibt ein bisschen stehen hier ich muss ein paar mops können wenn ich nicht mehr sind als wir ich bleibe hier ich habe gerade sehr viele mopsie sind jetzt müsstest du eigentlich die brücke sehen von denen ja ich habe die schon ich habe meine chance vorgestellt ich habe meine chance nicht auf 20 ich habe es jetzt auf 10 6 ganz kurz du noch nicht nur noch nicht bitte und wir machen gleich weiter da kommt auch ein zombie 3 2 rüber 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 rennen schwimmen jetzt näher zum berg rennen rennen sneak das ist nichts 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 da unten geradeaus geradeaus kommen auf die seite ist noch was rechts vor uns weiter oben auf dem berg dann kommt unsere richtung kommen sie nein 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 soll ich schon den apfel essen nein komm runter komm runter wir sind auf dem baum ich weiß fuck einer ist runter vom baum komm sneak jonas ist unten da muss gesehen ich habe ihn lauf komm hoch komm hoch ne komm zurück kann ich er kommt nein er ist weg geh nach oben und snack seine sachen ok er kommt er kommt er kommt sag wann lauf 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 er geht auf mich komm runter ne geht auf dich ich bin auf mich ich bin auf mich ich bin auf mich zieh die rüstung an zieh die gute rüstung an ich habe die rüstung nicht hier hier ist ein teil da schnell die hose schnell er kommt er hat bogen ein guter schwer Nein, nicht, nicht da rein. Lauf die Treppe hoch. Er ist auf dem Baum, er ist auf dem Baum hier. Uncool, Buau. Wir haben keinen Bogen. Komm, ganz kurz ein bisschen weg. Guck in seine Richtung. Guck in seine Richtung und brüll, wenn er nur irgendwas da oben Verdächtiges macht. Was ich nicht will. Sag direkt, wer noch runterspringt. Er hat irgendwas getrunken. One. Es geht auf mich! Wo bist du? Hinter dir, hinter dir. Oh Gott. Renn, renn, renn. Wir machen hier einen ganz wichtigen Zwischenstoff. Aber nicht für Aufnahmeende. Doch. Ganz kurz. Ich mach kurz Aufnahmepause. Okay, gut. Ciao.